Und herzlich willkommen zu Folge 111. Ja, wieder eine böse Zahl. Dreimal die Eins. Wuhu. Nein, Spaß. So, wir wollten jetzt hier noch die Fertikons-Konsole schon mal bauen. Da brauchen wir noch eine Workbench. Da habe ich bestimmt keine mehr. Da brauchen wir immer Holz. Einzelholz da. 1, 2, 3, 4. Und... Und dann hier so. Ah, in der Speicherzelle brauchen wir noch. Hüpp. Viel davon. Das ist immer so schweineteuer, das Zeug. Aber es hat einen kleinen Volltag. Ähm, ich werde auch von da aus erst erstmal... ...nur unten die Biomassenanlage damit starten. Das heißt, ich muss das ja irgendwo mit anfangen. Und werde dann, wie gesagt, mit Bio-Zeug das machen. Das heißt, das Weizen wird abtransportiert hier runter. Dann kommt das andere Zeug und immer so weiter. Damit ich halt immer aufbauen kann. Damit ich mehr Energie habe und immer so weiter machen kann. Ähm, ich wollte noch so einen Fertigungs-Monitor machen, ne? Genau, da brauchen wir... Oh, okay. Ich kriege hier noch einen Rappel. Oder habe ich schon einen Fertigungs-Monitor? Ne, Fertigungskonsole und ich brauche noch einen Fertigungs-Monitor. Wollte ich noch haben. Zapp. Das. Eusen. Und dit. So, jetzt proben wir noch ein paar Kabel. Ich muss jetzt mal gucken, wie gehen die noch mal da. Kabel, okay. Aber ging das Zeug. Okay. Und Silizium? Nee. Da. Boah, noch ein bisschen. So. Und dann machen wir da raus. Gäbel, Schien. Dankeschön. So, so viele Wands ist... So viel habe ich gerade nicht mehr. An Platz. Und kann jetzt erstmal der ganze Mist erstmal hier vor uns ganz einfach hier weggeschmissen werden. Ich brauche nämlich noch ein bisschen Wolle. Nachher habe ich die Schere wieder weggepackt. Ich muss irgendwie eine Wolleproduktion noch machen. Das weiß ich aber nicht. Vielleicht mache ich so eine Schere-Automate oder sowas. Lässt sich ja alles einfallen. Dann werde ich mal schauen. Sprich mit Turtles vielleicht arbeiten. Gucken wir mal. Ich würde mich verdeckte Kabel benutzen. Sie sehen ein bisschen schicker aus. Ich könnte jetzt so ein Blau oder so nehmen. Da hätte ich jetzt kein Problem. Aber ich nehme sie jetzt einfach mal. Es sind neutral. Schwarz. Ähm. Wir brauchen noch mehr. Schere kann weg. Wir brauchen hier die Kabel. Und dann schaue ich gleich mal, wie weit die da unten eigentlich sind. Die ganzen Apparate. Wie weit die schon rumgerödelt haben. Lava ist ja noch massig drin. Ohne. Ob ich da vielleicht noch mehr anschließen werde, weiß ich noch nicht. Aber es läuft hier. Und. Voll. Fast voll. Fast voll. Fast voll. Ihr wisst, was das alles heißt, ne? Dass ich da gleich keine Energie mal irgendwo hin staunen kann. Deswegen muss ich mich jetzt beeilen und die eine Zelle von oben weg klauen. Weil die ist nämlich leer. Die muss nämlich jetzt auch aufgefüllt werden. Also das geht jetzt rucki zucki. Das ist kein Problem. Schaffen die ja auch. Mit 64 Minecraft Jewel pro Tick. Ist das eine enorme Sache. Deswegen. Halten wir uns schnell ran. Und dann können wir schnell weiter mit den anderen Sachen arbeiten. Äh. Ja. Machen wir das an der Holzfarm, ne? Wäre jetzt mein nächster Vorschlag, die Holzfarm wieder zu starten. Dann machen wir das mal hier an dieser Stelle. Äh. Ja. Zack. Machen wir ihn. Lassen wir ihn laufen. Hab ja Zeit dafür. So. Und jetzt werden wir ganz schnell den Mist hier aufbauen. Damit die Energie auch irgendwo hin kommen kann. Ähm. Hier in der Ecke werde ich das auf jeden Fall aufbauen. Ach. Hier sind wir hier drunter. Okay. Okay. Das ist ja ein bisschen blöd, ne? Wenn wir hier drunter sind. Weil hier hinter ist ja eigentlich unsere Kamera. Da wollte ich auch bleiben. Mh. Wir können das hier so starten. Die ist klar. Da brauchen wir Strom erstmal. Mh. Den Strom. Den werden wir uns von hinten holen. So. So. Äh. So. Erstmal jetzt vor es so. Dann die Kabel. Das Laufwerk kann daneben. Dann können die Kabel nämlich hier so lang gelegt werden. Und hier wobei. Ist doch sinnvoller wäre. Fällt es jetzt nicht auf die Connect denn direkt. Fertigungszugriffskonsole. Kann hier oben drauf. Ne. Hier kommt vielleicht noch mehr Laufwecke dran. Ne. Die Laufwecke können dann woanders gestapelt werden. Ähm. Ja. Der Rest kann hier so nebenbei geworfen werden. Fertigungsmoniker. Zugangskonsole. Fertigungskonsole. Was habe ich denn? Da kann ich so. Genau. Hier kann ich craften. Hier habe ich den Zugang. Und hier. Hat keine Energie. Ah ne. Der muss getauscht werden. Zugangskonsole. Mit dem Fertigungsmonitor. So ist doch richtig. Und jetzt kommen die Kabel hier dran. Die Mg-Kabel sind normale noch. Holz zugedeckt. Und jetzt brauchen wir einfach nur Strom. Da können wir doch genau die eine Zelle benutzen. Und jetzt müssen wir Strom rauspumpeln. Und zwar 20 vielleicht. 20 geht gut. Erstmal so leicht runterpuffern. Läuft auch noch gut. Läuft auch noch gut. 15 ja. Das läuft jetzt auch noch gut. Jetzt werden wir. Jetzt werden wir. Jetzt lassen wir die einfach erstmal laufen. Damit wir ein bisschen Energie aus den Redstone Zellen bekommen. Jetzt muss ich eine Speicherzelle bauen. Spreche ich meistens recht sofort eine 64.000er. Wenn die so eingespeicht ist. Ne 64k. Da ist er doch. Wo kann ich denn 64 eingeben. Aber wir kommen. Er ist kein Vorschlag dafür. Ist doch blöd hier. So hier noch mit 64.000. Liquid heat. Alter magische Kapsel. Mit. Äh mit was drinne. Keine Ahnung. Hier nochmal 64.000 aufm Bio-Kennarat. Okay. 256.000. Du spinnst doch hier. Bio-Ethanol. Etwas ist hier gefüllt mit Bio-Ethanol. Passt da mehr rein? Ist auch komisch. Dass da mehr reinpasst. Naja. Wir brauchen erstmal die hier. Wir brauchen jetzt erstmal hier so ein Cluster. Dann brauchen wir die Speicher-Blocks. Und da brauchen wir so ein. Äh. Ein Segment. Und ein Segment. Brauchen wir Speicherzellen. Da brauchen wir neun. 27 von den Speicherzellen. Da bin ich mir nicht recht im Sinne ne. Ja. Und da brauchen wir 27 davon. Sprich wir brauchen noch große. Brauchen wir 30 Stück. 30 von denen hier. Äh. Dafür brauchen wir. Hallo. Äh. Nein. Das ist falsch. So. Gold. Wetstone. Und Silizium. Gold. Wetstone. Silizium. Und diesen komischen Klöppel hier. So. Ist er bestimmt gleich kaputt, ne? Ich hab 15 Stück nochmal schafft. Shit. Da brauche ich nochmal irgendwelche von. Äh. Zwei Sticks. Zwei Neter Quarz. Und Eisen. Irgendwann zwei davon. Nochmal zwei da raus. Und zwei da raus. Obwohl. Da können wir gleich noch mehrere machen. Und Stickys. Ja. Das ist nämlich dann dafür welche. Ich weiß nicht ob ich die verwenden kann. Noch Eisen brauche ich noch. Ich trötele. So. So. Und Eisen. Oder so. Jupp. Und nun. Gold. Wetstone. Und Silizium. 25 Stück fehlen noch. Können wir aber mit anfangen die zu brennen. Ja. Ist gut. Lassen wir mal so brennen. Zack. Jetzt müssen wir noch was anderes verbrennen. Wir brauchen eben noch. Ein. Paar Kohle. Ne. Genau. Da muss ich das verbrennen. Habe ich bestimmt gar nicht in der Hand. Nein nein nein. Komm nimm mal ein Stack hier. Zack. Mach 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 mach. Flup. Danke. GE Kiste ist eindeutig echt voll. Komm jetzt. Hau rein hier. Das Zeug. Das muss sich verbrennen. Muss ich auch noch mal verbrennen. Ey. Ich krieg ein Rappel. Komm. Zumindest acht Stück schon mal. Ach. Kohle rein. Hau rein. Hau rein. Ich bin schon mal fünf fertig. Schneller schnell. Schneller schneller schneller. Ich brauche ein Whetstone. Jetzt nämlich. Jetzt rennt die Zeit von der Kokskohle. Whetstone. Zack. So. Ne. 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 Drei Stück noch. Komm schon. Zwei. Und dann. Ah. Jetzt hab ich den einen mitverbraucht. Ist ja auch egal. Äh. Jetzt haben wir 25. 30. Jetzt haben wir gleich 32 Stück. Und 2 in 2. Den verbrauchen hier. 32 Stück. Dankeschön. Jetzt müssen wir hier so eine Speicherzelle erstellen. Aber bevor wir das machen. Werde ich jetzt die Folge beenden. Wir sehen. Euer FlashLotab und Tschüssin. Sekunden. Nun. Oops. grandmother